Willkommen zurück zu Splatoon 3 im Muschelchaos, let's go, komm, ja, komm her, na aber bis jetzt kommen wir gut ran, wir haben auch zwei mehr, aber gut, die Gegner haben schon eine Muschel, weg hier, ja, nicht vor, nicht vor, weil das wollen die, runter, komm, vielleicht darüber irgendwie, ja, der muss eh hier durch, komm, ja, hop, komm her, hop, hop, komm, ja, komm ich irgendwie ran, vorher nicht, können wir den aufhalten, hey, Team, Team, hallo, wann können wir den nicht aufhalten, hä, ich mach da mal ein bisschen Action wieder, ja, aber gut, ich hab ihn immerhin bekommen, immerhin haben wir uns gegenseitig weg gemacht, wir haben aber keine Muscheln mehr, naja, wir sollten das ganze blau mal umfärben, das wär, glaube ich, mal das Gute, dass wir hier schauen, dass das ganze blau mal wegkommt, dass wir hier ein bisschen mehr Gelb haben, aber gut, diesmal nur eine Kleinigkeit, wir schauen, dass wir die Muscheln zusammenkriegen, umfärben, und dann geht das schon, komm, oh no, oh no, ja, der, okay, komm, bitte, ja, danke, ja, warte, ich muss kurz den aufhalten, nicht hier auf mich gehen, warte, hopp, ja, wir müssen kurz defensiv arbeiten, einen hab ich, ja, zwei, den zweiten hab ich nicht mal mitbekommen, irgendwie so richtig, dass ich den beim ersten Hit schon getroffen hab, aber okay, komm, ja, sehr wichtig, ja, mal vorgehen, wieder eine Linie, komm, in den Bereich vor, komm, let's, äh, go, komm her, ja, komm, komm, ja, wichtig, ja, warte, vorne bleiben, zurück, ja, ging nicht anders, ging nicht anders, weil T3 da war hinten, ein Klecksbombe, war schon nicht schlecht gemacht, komm, vor, ja, wir kommen gut vor, das ist, äh, ja, 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 naja, komm, bitte, na, schade, let's go, komm, ja, ja, aber da können wir nicht vor, das ist, ja, ja, nicht ideal, aber gut, ja, also ich helfe gerne dem Team, ja, komm, komm, bitte, mal auf, ah, ah, ja, 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 okay, ja, na, sie treffen rein in den Korb, sehr gut, ja, stark vom Team, sehr stark vom Team, wichtig, und jetzt, ja, wir müssen hinten verteidigen, verteidigen, zu machen, da, na, dann killen wir schon noch, komm, kriegen wir, ja, ja, komm, hopp, nein, na, wenn ich da die Ulti auflade, dann das Triferno hab, könnte ich die vielleicht ein bisschen zurückschrecken, okay, vielleicht schrecken wir die ein bisschen zurück, dass sie nicht ganz so nach vorne gehen, ja, hol, boh, ja, bisschen nervig, aber ist gut machbar, komm, ja, Triferno, vom Teamkollegen, ja, sehr stark, komm, ja, hab ich, sehr gut, ich krieg die Gegner eigentlich ganz gut weg, ja, hopp, hopp, komm, ja, ich ging jetzt da noch lang, wichtig, ja, die kommen hoch, das war nicht gut, hä, wie, 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 ich noch da erklärt mir einer wie bin ich noch da wie wie sehr stark also es Ende war nicht schlecht auch wenn ich hätte noch reintreffen können aber das zählt ja nicht also da ist nicht zählt nicht aber wir hätten sowieso gewonnen war ganz okay die runde war wieder einer der besseren runden stark gar nicht mal so schlecht die acht punkte nämlich dann ist gleich let's go die letzte runde war ganz gut für muschelchaos sehr positiv überrascht mag den modus ja eigentlich nicht weil den viele nicht können aber gut nachdem die letzte runde so gelaufen ist war ja gar nicht so schlecht die map ist ein bisschen schlecht für rankampf aber kriegen wir hin kriegen wir schon hin let's go komm ja komm let's go nicht dass sie jetzt über die seite kommen ja habe ich weiter kommen nehmen wir die drei mal mit fürs team dann schauen wir mal die gegner haben auf die ulti okay gehen hier auf ulti die gegner ja es ist okay aber mehr auch nicht die hoch ja richtig ja da sind die genial über die seite kommen na stark ob komm ja let's go ja rein da müssen wir auch sehen hopp nein rief ja weiter geht's aber aufmachen können wir beide nicht irgendwie nicht ja stark verteidigt vom team das sind gute spieler dabei teilweise komm dadurch entstehen auch echt gute runden ja haben wir sehr gut ich muss ja nicht einmal den kill selber machen hauptsache team kollegen oder irgendwer kriegt das hin kommt ja warte welche spare ich mir noch kurz jetzt vielleicht komm hopp na schade ja habe ich komm ja 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 warte komm ja ist okay komm mach auf nimm trifft bitte mach auf ja danke ja sehr stark komm nee ja 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 okay ist okay ist okay 59 das ist schon nicht schlecht es ist schon nicht schlecht für den ersten Anlauf komm macht dann auch Spaß wenn man ne Teamkollegen hat oder Mitspieler die dann auch den Modus verstehen dann ist auch ein Stück besser komm 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 ja mitnehmen ja komm komm hallo warte nimm noch mit nimm noch mit nimm noch mit ja weiter geht's nein 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 komm ja komm warte mehr ja komm 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 no way ja stark gut gemacht von den Gegnern gut gesehen komm dann müssen wir die wieder aufhalten na aber gelingt uns gut komm weiter geht's ja sehr gut vom Team ja stark ja gibt's hier noch was ja gibt's hier noch was nur ein Hit im zweiten habe ich nicht mehr hinbekommen ok 44 ist gut das ist schon nicht schlecht komm ja vor allem der erste Run war gut bei uns nachhaken komm die kommen von da ah schade komm let's go na komm ja habe ich easy komm dann aufhalten komm ja ja ist gut perfekt das sind 16 punkte läuft jetzt aber auch erstaunlich gut aber gut vielleicht verlieren wir ja die nächste Runde vielleicht aber können wir sogar 3 gewinnen das wäre sehr cool das hatte ich schon länger nicht mehr aber abwarten abwarten wir sehen uns in Runde 3 von 3 2 2 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 bisschen 9 9 10 1 11 7 10 11 12 14 13 Ja, das Runtergehen ist schwierig, weil wir haben keinen freien Weg. Wir sollten uns aber zusammentun. Komm, hopp. Ja, ich geh mal rüber. Hopp. Komm. Ja. Nee. Nee. Komm. Komm. Bitte. Komm her. Ja. Let's go. Weiter. Hopp. Komm. Ja. Let's go. Ah, nee. Ah, schade, schade. Ist wer da vom Team? Ja. Sehr cool. So muss das sein, auch wenn man da drauf geht, dann ist da noch jemand da vom Team. Kann die dann reinbringen, reinwerfen. Stark. Wird dann eher die Aufgabe vom Sammeln übernehmen. Das sieht da besser aus. Komm. Nimm dir. Ja. Ja, nimm. Ja. Komm her. Ja. Gegner ist weg. Sehr gut. Nun. Ja. 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 Den zweiten Hit. Robo-Bombe? Okay. War da halt ne Robo-Bombe dabei. Aber okay. Runter. Komm. Mitnehmen. Ja. 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 Dann hoch da. Komm. Ja, schade. Nee, nee. Nein, 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 nein. Ja, aber Gegner ist weg. Okay. Aber konnten leider aufmachen. Ja. Ja. Okay. Reicht dann auch schon. Kommen da noch Gegner? Die reintreffen wollen? Eher nicht. Gut. Wir können wieder umfärben. Ja. Stark. Komm. Hopp. 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 Ja. Schade. Weiter. Ja. Komm. Ja. Hopp. Komm. Ja. Komm. Hopp. Ja. Weiter. Da sind noch drei Stück. Mitnehmen. Let's go. Ab acht kriegt man ja eine Muschel. Komm. Bitte. Merven anderen. Komm. Hopp. Ja. Let's go. Komm. Hopp. 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 Bitte. Hopp. Und da lang. Ja. Wir haben schon gut Muscheln sammeln können. Hopp. Ja. Hab sogar reingetroffen. Ja. Komm. Bitte. Äh. Ja. Okay. Ich kann noch mal verlängern. Den krieg ich auch. Gut. Da war ich dann schon so angehittet. Ging sie nicht mehr aus. Vier. Ist schon stark. Aber geht noch mal in die Verlängung. Okay. Geht leider noch mal zu. Aber es war schon sehr gut. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Sehr gut. Ja. Haben wir gewonnen. Helfen die nochmal rein. Ja. Das waren. Drei sehr gute Runden. Muss ich sagen. Die waren sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Gut Leute. Ich hoffe ihr euch gefallen. Guten Morgen. Guten Mittag. Guten Abend. Je nachdem wann ihr das schaut. Noch einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend. Dann. Drei sehr gute Runden. Wie ich finde. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss. 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 Tschüss.